Also ich habe ein Problem mit meiner Nähmaschine. Wenn ich nähe, kommt der Faden immer nur bis zur Hälfte, hier, und dreht sich dann wieder zurück und bildet hier oben eine Schlaufe. Hier. Und wenn ich jetzt weiter nähe, dann passiert das immer und immer wieder und dann bilden sich ganz viele Schlaufen. Weil eigentlich sollte der Faden ja hier rüber wandern und das tut er einfach nicht. Und dann bilden sich halt immer und immer wieder weitere Schlaufen und irgendwann bleibt es dann stecken, weil sich hier alles verheddert.